Das Leben, wie wir es kennen, wird dann nicht mehr so sein. Wir werden keinen Sozial-, keinen Rechtsstaat mehr haben. Das, was wir versuchen aufzubauen, eine gerechte, eine nachhaltige Gesellschaft, ist existenziell in Gefahr für jeden Einzelnen. Ich bin eine TTIP- und CETA-Jägerin und wir haben nämlich heute die Geister von TTIP und CETA gejagt. Ich bin total anklat, ich habe das nicht erwartet in den Dimensionen. Deutschland wird politisch. Es geht nicht nur ums Selfie auf Facebook, es tut sich irgendwas. Es betrifft uns einfach alle, in allen Lebensbereichen. Stopp, TTIP und CETA auf der Stelle. Wir haben keine Millionen. Wir sind Millionen. Und das ist eine echte Stärke. Am Ende entscheidet die Straße. Sehr gut. ... Untertitelung des ZDF, 2020